Das können wir auch lassen Passt eigentlich, das können wir eigentlich alles so lassen Da würde ich sagen, was ist das, was ist das hier? Blutrache Würde ich sagen, das mache ich nochmal Also eine Folge noch ungefähr ein bisschen neben Mission Da dann wieder vielleicht Story oder so, wie ich Bock habe Ist hier so ein Informationstyp Ah, cool Man kann auch Informationen so finden Gerät in Panik, wenn er von einem Schwarm Moor Achso, ja stimmt, das hatten wir Der ist ja geflüchtet, als ich den anderen Häuptling hier kaputt gemacht habe Als ich die Fliegen da runter geschossen habe Stimmt der, er war ja Feige Sau Wenn ich diesen Waldläufer sehe, dann werde ich ihn leiden lassen Nach solchen Aussagen müssten wir uns eigentlich extra mal zeigen Aber ich glaube, er war es nicht Ich habe gehört, es sind noch mehr Krieger hierher unterwegs Toll, das hat noch gefehlt Noch mehr Maden, die uns uns draufstehen So Komme ich hier überhaupt rüber irgendwie? Scheiße man Ich bin in der letzten Ecke Fang Hau mit Ich bin ja auch kein Unmensch, weißt du, dann habe ich ihn direkt wieder erlöst Es springt noch Oh shit, habt ihr gehört? Ein Häuptling ist auf dem Weg hierher Aber er ist ein ganz harter Brocken Ja, muss man aber auch sagen, bisher waren die Häuptlinge eigentlich ganz Krass drauf Warum hält er sich nicht fest? Talion Willst du uns selbst enttäuschen? Lass ihn in Ruhe Hab ich schon, hab ich schon, hab ich schon So Mächtige Oryx bedrohen und nötigen andere ihn? Okay, das hatten wir aber schon, glaube ich Sowas hatten wir, glaube ich, schon mal Oh nein, der hat Gift Äxte dabei Ich sah eure Sterne Ihr solltet mit mir kommen Ich gehorche niemandem Hab ich da gerade etwas gehört? Habe ich da gerade etwas gehört? Übeln respectful, ey Scheiße, wo sind die denn hin? Ja, du gehörst jetzt auch zu mir Ist übel geil mit dem Übernehmen Natürlich ist er das Natürlich ist er wie immer immun Versuche es gar nicht erst Jetzt schlag du mal drauf, Jungs Okay, immerhin ist er kein Waffenmeister Dementsprechend ist es leicht eigentlich Zack, einfach drüber springen Und das war's auch schon Geile Sache, Mann Gestorben Gestorben Nein Was ist das denn? Warum hat denn der so einen gelben Schädel drauf? Ah, der steht auf Ratten, ah, sehr schön Schön gemacht Was sind denn eigentlich Oh, was ist das denn? Oh, was ist das denn? Checken wir das mal ab? Checken wir mal gemeinsam ab, oder? Ja So sieht's aus Er kam aus dem Nichts Er kam aus dem Nichts Das ist so heftig mit dem Pflanzen Einfach Das ist voll geil Dann kann man hier so seine Kombo Aufziehen Den den Kopf zerplatzen lassen Und dann hat man ja trotzdem noch diese Kombo Wenn man sich natürlich nicht treffen lässt Non stop Hat man ja trotzdem noch diese Kombo Offen Und kann direkt einen hinrichten Genau so Okay Okay Yes Hahaha Der war geil der Move, oder Leute? Findet ihr nicht auch? Findet ihr nicht auch? Ja, komm, passt schon Zack Das ist so geil Ja, wenn man es so ein bisschen Irgendwann mal raus hat Endlich das Kampfsystem Aber ich bleib immer noch dabei Das bei Batman ist einfach trotzdem ein ticken geiler Der macht es so unheimlich Bock hier Zu Schnetzeln und alles Sack Sack Oh yes Okay, die 25 Orcs töten sollte kein Problem sein Scheiße, meine Kombo ist jetzt weg Scheiße, meine Kombo ist jetzt weg Ich glaube, ich suche jetzt mal die Elite Kämpfer auf Wir haben dich Nein Habt ihr nicht Habt ihr einfach mal nicht Geist Ich glaube jetzt Der Feigling ist abgeholt. Der Feigling ist gleich tot, fuck, alter. Komm schon, komm schon, komm schon, go, 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 go. Oh shit. Ich finde das Sinn. Egal, ich lebe doch, der ist genau, wo ist denn der Kollege? Ist der da unten? Ja, auf jeden Fall, Kollege, super Leistung. Er ist wohl abgeholt. Okay, der ist tatsächlich da unten. Ich muss irgendwie einen besseren Winkel kriegen. Er ist weg. Was für ein Feigling. Der bewegt sich da auch keinen Zentimeter weg. Beweg dich doch mal weg da. Ich glaube, ich habe den Waldläufer gesehen. Nein, hast du nicht. Okay, alles klar, wenn der sich da nicht bewegt, dann muss ich zu ihm kommen. Oh fuck, da kommt schon wieder so viele. So vielleicht? Äh. Waren sicher nur Ratten. Ich dachte, ich hätte ihn dort gesehen. Du kannst mich nicht verletzen. Warum nicht? Ich glaube, es wird wieder Zeit für den Karagor, oder Leute? Ja, wird es. Wird es. Wird es. Kein Problem. Ist ja eigentlich scheißegal, dass sie mich jetzt hier alle sehen. Totwandler! Bist du dämlich, oder was? Siehst du, wie viele wir sind? Auf ihn, Jungs! Ja, deswegen. Das habe ich auch den ersten, den ich finishen will. Weißt du? Schleichmäßig. Ja, du Schisser. Ja, gerade noch große Fresse gehabt. Ja, den ersten, den ich finishen will, ist natürlich so einer, der auch noch geschützt ist davor. Das ist der Tag! Und jetzt habe ich kein Geschoss mehr. Also, besser kann es gerade echt nicht laufen. Du kannst doch nicht mit mir.